Hey Leute, was geht? Nero Phrase am Start. Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Wir sind jetzt hier im Gebiet des Bären. Und wir werden ihn auch suchen. Und hoffentlich auch finden und töten. Oh, gut. Der Kerl hat hier anscheinend ein paar Wölfen getötet. Kannst du den direkt kochen und essen? Vielleicht kann das nicht mitnehmen. Oh, dann kochen. So, aber aufheben. Und kochen. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt den Bären mit unserem neuen Gewehr erledigt. So, dann kochen wir mal Fleisch. Was, ich kann nicht nochmal kochen? So, dann kochen wir das. Und dann verstauen wir das mal. Grad zwei. Schadet ja nicht. Es wird auch langsam morgens. Wie ihr sehen könnt. So, jetzt geht mir das Feuer mal aus hier. Bevor es einen Waldbrand gibt. Wir haben auch wieder einen stabilen Bart bekommen. So, schöne neue Pflanzen. Ich hoffe, dass wir den Bären finden. Beziehungsweise, dass wir den überhaupt erledigen können. Ei, 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 ei. Das ist jetzt keine Schwuren, ne? Das ist jetzt keine Schwuren, Bären. Das ist jetzt eine Schwuren, Bären. Was ist das denn? Ich schau mal. Immer noch. Ich geh mal ein bisschen weiter nach rechts. Ich hab Angst, dass er so plötzlich auftaucht. Das ist ja unzieht super wie ihn so. Das kann ich ja schon versuchen. Ich schau mal. Ich schau mal. Wenn ich da runterrutsche, sterbe ich es halt, gehe ich mal nachher noch aus. Ich meine, selbst hier kriege ich Schaum. Da unten muss was goldenes. Dein Ernst? Das tut mir leid. Okay, chill. Reckon I got a ways to go. I'm going to get a little bit closer. I'm going to get a little closer. I'm really afraid, people, that we don't get one shot. ausgelegt kriegen. Das wäre echt traurig. Ist das vorne der Berg? Los, los, los! Los, los! Los, los! Nein, Elena. so leute lebt immer noch leute jams gelegt ich hoffe es ist wenigstens das hat so viel ausgehalten guckt euch das jetzt an oh mein gott kann ich den bären aufheben das wäre jetzt richtig sick so tauchen dann immer wieder an diesem ort diese bären auch wir hatten eigentlich noch ein fell bei dir hinten drauf so du schissen leute ich habe keine ahnung wo ich überhaupt hingehe ja das wäre mal gut zu wissen da gibt es einen trapper ich kann ihn verkaufen kann ich ihn noch behalten so viel was wir noch nicht entdeckt haben gehen wir mal hier zum trapper super auf jeden fall soundtrick im beste mehr kann man dazu gar nicht sagen macht einen heiligen spaß hier durch die welt zu reiten und einfach Tiere zu gehen wir sind schon diese hauptkost ja ja ich wollte ich glaube der folgt im haupt ziehen jetzt schott ja 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 das ja 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 das ist es so sehr großartig das ist es so sehr großartig ja 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 Das ist ein guter Schwer. da wären wir so, hinten und was hat er auch mal so, was hast du denn so anzubieten? da oben stand jetzt irgendwas Kleidungssets das ist Bärenjäger hey, krass Leute, guckt es euch an geil richtig geil, Leute das hier sieht geil aus geil, endlich mal Kleidungsstile das hier finde ich Desperado was ist das für ein Hut was kannst du noch herstellen? ah ok einfach nur die Hute das sieht geil aus das sieht echt geil aus das sieht echt geil aus zwei Holzer heißt es, ich kann zwei Pistolen mit mir rumfangen ich kann gar nichts herstellen ich kann nichts herstellen Zettel zähl mal Schlangenhaut wild Schweinfeld das könnte ich noch kriegen aber sonst alles mehr ein Tomahawk ne Tomahawk das ist nicht verfügbar ok soll mit dem verkaufen so mit dem verkaufen was machen wir das wolfsherz raubtik hier brauchen wir nicht brauchen wir auch nicht das Fleisch behalten wir vorerst behalten wir auf jeden fall so kann ich das jetzt sauber machen ist das dreckig wo sehe ich das das kann ich nicht sauber machen das haben wir jetzt echt gut benutzt reinigen kann ich nicht vielleicht könnten wir was essen ich habe doch Flasch gefüllt ich schlafe und rauche die Zigarren kann ich überhaupt eine Zigarren kann ich überhaupt eine Zigarren die die leute wie krass leute wie krass angekommen das stellt dein Dallai komplett wieder her großelig das hier hmmm guter Brainy so und jetzt gehen wir wieder zurück wo ist denn leute das ist so weit weg guckt so gehe mal hier ins hotel ich habe einen sehr interessanten tipp bekommen da da das ist auch macht das doch das alles hinter das nicht alle teile warum kann ich ja nicht alle teilen so wo wechsel ich die kleidung ja das verrät mir auch keine Ahnung Das ist noch nicht so, wie ich denke. Kann ich noch nicht. Lohnt sich das überhaupt gerade, gegen den ganzen Weg zu folgen oder soll ich einfach quer hier durch? Ich hab keine Ahnung Leute, aber folgen wir den Weg, vielleicht klagen wir das ein oder andere Team auch auf den Weg ein, weil es uns auch was aufräumt. Loh, 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 Loh! Loh, 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 Loh! Loh, Loh, Loh! Loh, Loh, Loh! Loh, Loh, Loh! Loh, 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 Loh! So, das ist schon mal sozusagen eine Schnellreise, beziehungsweise eine Art Schnellreise. So, ich hoffe, unser Pferd kommt nach. Komm, Pferd. Ja. Ja, mein treues Pferd, Leute. Unser treuer Plätze. Ja. Danke schön. Ja. 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 Ja, ich brauche auch Geld. Ich habe für dich gewohnt, dass du nicht immer alles gekämpft hast. Gibt es da eine Schlägerei ohne mich? Oha, lass mal hängen. was du bist? Ja. Was ist da Bob? Wo ist der Hinterbau? Oh, ist so langsam. Kann ich die trotzdem ausbauen? Egal ob das andere sind. Ich hab gar nichts, ich hab gar nichts. Komm mir hin. Oh, er hat mich gesehen. Ich hab ihn nur geplündert, was kann ich dafür? Man muss ihn geplündert. Jawoll. Fuß gebrochen. Aber da gehen wir raus aus dem Kreis. Warten, bis das absinkt. Kann ich jetzt wieder hin? Guck mal, die bauen hier ein neues Haus. Wie cool ist das denn? In der Lande der Savagen. Probe, wir sind hier für uns. Cool. Das ist gut. So, jetzt gehen wir hier rein. Willkommen, Willkommen. Komm mal rein. Ich brauche einen Wäscher. Hast du einen Wäscher? Ich habe jemanden, die dich für dich wärmst. Ich gehe einfach nach dem Korridor da. Oh, das ist du. Ah, du? Ja, das ist. Es ist das letzte Mal, als ich verstanden habe. Ist hier das Bad? Ich brauche wirklich nicht mehr Probleme. Ich habe nicht mehr zu machen. Ah, ja. Oh, Leute. Wie sich das anfühlt. Guckt euch das an, was ein Gefühl es ist. Schau dir in den Schäden. Luxusbad annehmen? Niemals! Nein, ich bin gut. Danke. Oh, sicher. Kein Problem. Oh, sicher, kein Problem. Auf jeden Fall gut gemacht Leute, jedes Körperteil waschen wir uns einzeln, so waschen wir noch den linken Arm, dann sollten wir das, auch deine Ausdauer hat sich erhöht, kurz entspannen Leute, kurz entspannen, schönestes Leben Leute als Cowboy, schönestes Leben als Cowboy, so, mach's gut, muss man sich auch mal gönnen Leute, muss man sich auch mal gönnen, wir haben seit Wochen nicht geduscht Lego und Schuppen Amulett, bringere den Schaden, den du auf dem Pferd erlebst, auch auf dem Zehnprozent Ah, der ist ja drauf, von daher Kann ich da irgendwas Ist das Kleidergeschäft? Das ist Lohengeschäft Zeig mal her Zeig mal her, was du hast Pferde pflegen? Jagdzubehör Leute 40 Cent Nehm ich Was ist das? Geruchstarnungstinktur Pflanzenfresserkühler Kaffee Was? Kaffeeperkulator Benutzt du den Pferkulator in deinem Lager, um Kaffee aufzubauen? Mhh Gebändige Würmer Also wir können auch angeln Dafür brauch ich aber eine Angel Kaffeeperkulator Ich bekomme all kinds of Hoots, die hier in Das ist was Outfits, Leute Outfits Das ist gesperrt, das ist gesperrt Ah ja, Hüte, Leute Bulldogger Sollen wir uns ein... Wir kaufen uns safe einen Hut Ich lauf hier niemals ohne Hut rum Nehmen wir uns den Du magst das? Nee, der gefällt mir gar nicht Gefällt mir gar nicht Auf dem Bild sieht der besser aus, Leute Niemals Komm schon Ihr habt doch bestimmt ein paar Ja... Sowas Nehmen wir uns den, Leute Thank you So Wern, Moment Nur mal kurz Okay Ich dachte, die hätten irgendwie verschiedene Eigenschaften Dass sie uns Boost geben Oder Boni Ansehen Nee Niemals Der sieht schön aus Der sieht schön aus Die Hose, Leute Wieso Nee Ja, doch Ja, das machst du nicht, jetzt ist es doch Das ist ein schönes Braun Ja, doch Wir klären uns mal jetzt komplett dahin Ich hab grad Lust bekommen Warte, hab ich das andere jetzt nicht mehr? Muss ich mir das jetzt jedes Mal neu kaufen? Nee 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 Jees das kann man nehmen leute das kann man nehmen wir haben schön gute auswahl leute das ist für eine auswahl luxusstiefel natürlich nehmen luxusstiefel man gönnt sich sonst nix ja man gönnt sich sonst nix was gibt es noch luxusstiefel accessoires schützenanschuhe reitanschuhe ja doch ja doch eigentlich schon kabel die hartschuhe die gehen ziemlich schnell sieht man die auch was denn das schienbeinschützer hey geil du möchtest den schausten aber nee was wollen wir mit gefranstem weinschützer ja leute ich will handschuhe aber ich weiß nicht welche die farben sagen mir nicht so zu die farben sagen mir nicht so zu das hier vielleicht ja doch nehmen wir die reitanschuhe aber mit sparen die ist okay so das reicht mal hier wir haben echt genug geld ausgehen wow moment pferdepflege pferdepflege müssen wir uns noch reinziehen unser pferd ist unser alles das hat dann nichts mit pflege zu tun wo ist das pflege stellt die ausdauer des pferdes wieder naja ich auch so neue bürsten oder so vielleicht ne dankeschön so leute ich mache mich jetzt auf den weg zurück zum lager wir sehen uns wenn ich wieder dort bin vielen dank fürs zusehen lasst dein like und dein kommentar da falls es euch gefallen hat machts gut und bis dahin euer Nero Phrase